Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hinter Kaifek in der V3 Staffel 2. Wir haben in der letzten Folge das Haferfeld ein bisschen das Unkraut bekämpft, sind hier stehen geblieben und wird sagen, wir verräumen jetzt die Spritze hier mal schnell und schauen mal ob wir drüben bei den ganzen Düngervorrichtungen Platz haben, wir den da noch irgendwo mit unterbringen und schauen dann mal nach unserer Wiese. Wir werden uns da mal darum kümmern, dass wir die vielleicht mal abmähen. Also da drin haben wir jetzt so aktuell keinen Platz wie es ausschaut. Würde ich sagen stellen wir das ganze doch hier neben den Tieranhänger rein. Hier reinkommen unbeschadet natürlich nur. So, dann nehmen wir mal den hinteren Tank und senken den mal ein bisschen ab. Und fahren den dann ganz nach hinten. Kruppeln den jetzt hier gleich mal hin. Schauen ob wir den Fronttank hier auf die Seite kriegen. Schaut auch schon mal ganz gut aus. Dann können wir nämlich hier auch die Fässer einlagern. Lassen den auch ab. Und lassen den hier. Können den Traktor eigentlich auch gleich hier stehen lassen. Bei dem lassen wir die Pflegebereifung gleich drauf. Wir haben ja noch einen großen Traktor. Würde ich sagen. Weil hier ist vor auch gleich zu. Und da bräuchten wir auf jeden Fall nochmal den großen Fendt. Oder nehmen wir den hier. Ne, den lassen wir den Ladewagen dran. Wir mähen mit dem großen Fendt. Und da wollte ich mir ja noch das Mähwerk holen. Das Heckmähwerk. Und das werden wir jetzt noch gemeinsam machen. Weil dann hat das Gras auch noch ein bisschen Zeit vor sich hin zu wachsen. Das Frontmähwerk hängt ja hier vorne dran, oder? Ja. Händen wir gleich mal ab. Bis dann nachher bloß anhängen brauchen. Mal den Hänger können wir aktuell hier drin stehen lassen. Und dann würde ich sagen, lassen wir das Mähwerk hier stehen. Und wenn wir vom Händler kommen... ...können wir das dann direkt anhängen. Hätte allerdings gerne auch das Frontmähwerk ausgetauscht, dass ich da vielleicht auch eins von Kuhn dran habe. Muss ich aber sagen, bin ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht dazu gekommen... ...zu schauen, ob es da eins gibt. Aber wenn ihr dann Gutes kennt, wie immer in die Kommentare reinschreiben, dann schaue ich mir das an. Und werde das dann zwischen den Folgen mal austauschen. Wenn es natürlich mehr kosten sollte, wie unser jetziges Pöttinger... ...dann wird der Kontostand dementsprechend dann auch weniger sein. Bei Geld hin und her schieben... ...wurde ich in dem Projekt nicht alles, was wir auf dem Konto haben. Und hier auch verbauen. Auch was ich Offscreen mache, wie die Tankstelle und der Waschplatz... ...wird regulär immer von unserem Konto abgezogen. Und alles, was verbaut ist, wird auch bezahlt. Nur, dass ihr da auch mal so eine kleine Hintergrundinfo habt... ...weil sich da bestimmt schon viele gefragt haben... ...ob ich mir das gut schreibe oder nicht. Nein, es wird immer alles, was auch gebaut wird, wird auch bezahlt. Und ich muss sagen, dass jetzt auch mit dem Heckmähwerk ist es auch eine Premiere für mich. Mit so einem hier habe ich bis jetzt noch nie gearbeitet. Wird jetzt Premiere. Was kostet der ganze Spaß? 16.000. Und das war auch das einzige, glaube ich. Oder gab es ein Frontmähwerk? Und von Kuhn hätte ich gerne noch ein Frontmähwerk dafür, dass es halt einheitlich ausschaut. So, das ist da. Dann hängen wir das Ganze gleich mal an. Vorhin hochholen uns noch das Frontmähwerk und dann würde ich sagen, fangen wir zum Mähen an. Und werden das dann als allererstes, würde ich sagen, in das Silo verfrachten. Mit dem Ladewagen. Bei der Silage brauchen wir eh wieder eine gewisse Zeit, bis das Ganze gärt. Dann machen wir das lieber als erstes. Fangen wir mit einer kleinen Menge an in einer Seite von den Silos. Und danach macht man dann die zweite Seite so gut wie voll, bevor wir das dann wieder zudecken. Bloß, dass wir halt von jedem immer ein bisschen was auf Lager haben. Und die Tiere soweit gut versorgen können. Der Kollege ist ja auch noch auf dem Bänkchen unterwegs. Ja, wenn es mal wieder schlecht Wetter ist, müssen wir auf jeden Fall mal wieder einen Museumsbesuch machen. Können wir ja sonst nicht viel auf dem Feld machen, wenn es regnet. So, dann fahren wir jetzt aber da hinten rein zum Tor. Weil mit dem B-Werbe, wo sie nach hinten absteht, komme ich glaube ich nicht so gut um die ganzen Ecken rum. Ich habe immer gedacht, die werden hochgeklappt. Aber anscheinend nicht. So, dann fahren wir mit dem auch wieder raus. So, drehen wir hier drinnen um. Und fahren zu unserer Wiese. Boah, das war vielleicht auch keine so gute Idee hier, ne? Boah, ja genau, ein Frontlader mitgenommen. Jetzt ist es wieder gut. Wir haben wohl mal das Ganze neu lackieren müssen. Und hoffentlich haben wir das Mähwerk nicht kaputt gemacht damit. Dann klappen wir das Ganze jetzt erstmal runter. Weiter. Ist auf jeden Fall schon mal cool animiert, muss ich sagen. Dann schalten wir mal das Frontmähwerk ein. Und das Heckmähwerk auch. Und fahren so rum, weil dann kann ich das mit der Kante Mähwerk vorne ein bisschen ausrichten, das Ganze. Oder Mähentuter, ja. Sauber sogar. Ja, das funktioniert doch ganz gut, oder? Ja, das Mähd auch richtig super, also. Das ist eine coole Kombination. Man muss halt aufpassen, in welche Richtung man anfängt. Weil ich glaube, andersrum, wenn ich gefahren wäre, ist es halt schwierig zum Abschätzen. Mit der Breite. So geht es ja ganz gut. Guck mal, hier muss ich rum, oder? Ja, da gucken wir durch, das passt. Können wir hier wieder ein bisschen weiter rausfahren. Da fahren wir auch innenkante bauen. Da fahren wir auch innenkante bauen. Und fahren hier in die zweite Reihe. Jum. Die Kombi ist ganz cool. Die gefällt mir gut jetzt. Muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, dass ich sie zum ersten Mal so nutze. Aber die gefällt mir sogar fast besser, wie ein Schmetterlings-Mähwerk hinten dran. Was haben wir denn da für einen Haufen? Was kam denn der her? Das war. Du bist ein Schmetterl karate. Was haben wir dann? Für mich auch immer wieder mal. Was haben wir ja auch immer wiederozigen. Was haben wir das? Ich habe einen Schmetterlein. Wir meinen Mannen. Was haben die Schmetterlein. turns in einen Schmetterlein. Was haben wir wieder her? Ein Schmetterlachen. Ich fülle hier bloß weg, jetzt ist mein Gras. Mal schauen, dass wir hier alles mitnehmen. Aber das schaut ganz gut aus. Solange das vernünftig funktioniert, dass wir hier im Kreis fahren, machen wir das auch. Wenn es dann nochmal zu eng wird oder was, dann fahren wir ganz normal hoch und runter. Hier auf den Feldern sonst auch. Machen wir mal ein bisschen Außenansicht. Dann machen wir da auch gleich noch ein schönes Foto dazu. Dass ihr so auch ein bisschen mehr seht. Weil klar, Innenansicht hat auch einen Reiz. Aber da seht ihr ja fast nichts davon. Deswegen machen wir da jetzt mal so nichts draus. Genau wie ihr seht, die Zeit habe ich jetzt auch auf 15 hochgestellt, wie ich schon gesagt habe. Und so werden wir es ja auch immer lassen, die Zeit mit einer 15. Außer es kommen irgendwelche besonderen Sachen, die wir machen müssen. Wie gerade beim Ansehen zum Beispiel. Oder irgendwas größeres, wo man Zeit braucht. Werden wir es runterstellen, ansonsten lassen wir es auf 15. Und was ich euch eigentlich auch mal fragen wollte. Was haltet ihr denn davon? Das ist so ein Vorschlag von mir. Dass wir entweder mal einen Stream machen von dahinter Kaifeck. Ob euch das interessieren würde. Oder ob euch das lieber ist, wenn ich dann einfach sage, ich mache jetzt so immer eine Folge der Woche. Oder alle zwei Wochen gibt es mal eine längere Folge. Die dann mal halt, sagen wir mal so, vielleicht 40 Minuten geht. Je nachdem was euch lieber ist. Ob ihr lieber längere Folgen ab und zu haben wollt. Oder mal einen Stream. Jetzt lasse ich euch entscheiden. Würde mich nur mal interessieren. Wäre so ein Vorschlag von meiner Seite. Weil bis jetzt streame ich ja nur die NF Marsch. Und das ist mir auch schon aufgefallen. Viele Leute haben auch keine Zeit, wenn ich streame. Weil ich ja doch teilweise am Nachmittag streame. Wo die meisten natürlich noch auf der Arbeit sind. Aber das ist bei mir auch beruflich bedingt. Weil ich habe teilweise Nachtschichten oder Tagschichten. Und da komme ich halt meistens nur raus, dass ich nachmittags mal streame oder gegen Abend. Und aktuell vom Aufnahmerhythmus ist es eigentlich so, dass ich immer die Wochen folgen. Also die drei Stück meistens im Voraus aufnehmen. Dass ich das alles besser planen kann. Also wundert euch da nicht. Also Kommentare beantworte ich immer sobald sie kommen. Wenn ich dazu gerade Zeit habe. Aber wenn ich was umsetze, kann es meistens mal bis in die nächste Woche dauern. Aber wenn ich gerne spiele, muss ich es dann auch gleich im Voraus aufnehmen. Es gibt auch Folgen, die kommen wieder zeitnah. Wo ich gerade noch einen Tag vorher aufnehme. Aber das muss halt immer so gemacht werden, wie ich beruflich dazu dann auch Zeit habe. Jetzt zu machen. So, dann wahren wir da gleich mal wieder hoch. Ja. Ja,ophli. Ja,ophli. Musik. Nfehven. wenn ich jetzt gerade richtig liegen müsste das hier die samstags folge sein dann würde ich sagen machen wir es jetzt mal so auch wenn wir das feld noch nicht fertig gemäht haben auch mit die folge mal ein bisschen länger so im vorgeschmack ob ihr lieber wie gesagt zur frage im stream oder längere folgen gelegentlich auch mal jetzt hier mal eine längere folge daraus dann könnt ihr entscheiden was euch besser gefällt ich muss sagen das projekt ist für mich entspannen muss ich sagen ich entspann mit dem projekt aber hier eigentlich kein zeitstress hat in der hinsicht man kann vor sich schön vor sich hinspielen mit euch zusammen macht ihr alles selber und hat hier nie so einen riesen erntestress und immer diese riesen maschinen man kann sich hier einfach mit kleinen maschinen austoben mit sachen die man sonst im ls eigentlich nicht macht weil es einfach sich finanziell nicht wirklich lohnt sich das ganze anzuschaffen das möchte ich in dem projekt halt gerne alles ein bisschen umsetzen dass man hier auch mal sachen macht die man sonst nicht so häufig wie zuckerrüben mal anbauen kartoffeln anbauen ist alles nicht mit großen vollernte maschinen sondern hat auch mal mit kleinen maschinen oder auch mal pappeln weil er macht denn ls projekt hauptsächlich mal pappeln sieht man sehr selten finde ich das möchte ich hier alles in dem projekt mal unterbringen dass man so jeden zweig mal ein bisschen mit angeschnitten hat und ich hoffe das auch in eurem interesse wenn nicht einfach mal rein oder was ihr sehen wollt oder nicht sehen wollt genauso wenn ihr mod vorschläge habt für kartoffel ernte rüben ernte was was hier zum projekt passt so ein bisschen älter eventuell mache ich mache hier ein mix aus neu und alten maschinen muss nicht alles komplett alt sein weil ich mag die neuen sachen auch ganz gerne wenn was halt hier auf die karte passt würde ich mich über eure hilfe freuen wenn ihr da was schönes gefunden hättet von den mods her karte schnell zwischendurch 8 9 9 8 10 5 10 10 10 also Ich glaube, das Gras fällt, wirft schon einiges bei ab, bin ich ja gespannt, wie viel das wird. Und wir waren noch nicht mal auf 100% gedüngt. Jetzt probieren wir es mal so, dass ich so auch alles erwische. Ja, in der Außenansicht geht das schon, aber wenn man Innenansicht fährt, ist es glaube ich nicht so prickelnd. Verkehr drum fährt. Oh! Das waren keine Ausschwenker. So, dann haben wir das Feld jetzt auch so gut wie fertig. Dann werden wir als nächstes unseren Schwader uns schnappen. Das ganze mal zusammenschwaden, dass wir es dann mit unserem Ladewagen noch aufnehmen können. Das war jetzt nicht so gedacht. Das kann man ja so mitnehmen. So, dann fahren wir das natürlich gleich wieder raus, das ganze Mähwerk. Lupfen wir das ganze auch und ich würde sagen, verfrachten das ganze gleich zum Waschplatz. So, bleiben wir hier gleich mal so stehen und gehen zu unserem kleinen Traktor und hängen an den Schwader an. Den Schwader haben wir auf der hinteren Seite, ja. Und Schwader war der Pöttinger hier, der andere war der Wender. Ein Heu machen, oder? Ja. Schauen wir mal wie der Pöttinger sich verhält hier, der Schwader. Ja, auch zum ersten Mal den ganzen. Klappen wir den mal auf. So, von der Animation her gefällt er mir eigentlich schon mal so ganz gut. Und würde sagen, starten wir das doch einfach mal. Okay. Wer macht die rein? Ah. Okay. Das muss man natürlich vorher wissen. Okay. Schauen wir mal was anderes. Ich hab gedacht, das ist so klassische Mittelablage. Ich bin gespannt, was er hier mit dem Haufen macht. Und ich sag mal persönlich ist mir eigentlich der Mittelablage vom Schwader lieber. Aber, aber, empfinde ich es jetzt auch nicht. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall was anderes. Das ist auf jeden Fall was. Das ist auf jeden Fall was anderes. Ich kann das hier nicht zu nah an den Rand sparen. Ich kann hier mit dem Ladewagen durchkommen. Also es schaut glaube ich ganz gut aus. So, fahren wir jetzt hier noch ein Stückchen vor mit dem ganzen. Wir fahren hier natürlich gleich wieder nach oben. Okay. 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 Mal schauen, ob wir den auch verstellen konnten. Mal schnell in das F1 Menü rein. Hier. Ich kann jetzt auch hin. Sieht jetzt mal nicht so aus, oder? ich kann mit dem irgendwas machen kameras an arm 2 heben okay weißt du jetzt nicht was ich da gehoben habe ich habe keine ahnung was ich damit mache ach ich mache die tür auf und so jetzt hat das ist alles am traktor vorne dann mache ich sogar oben das dach auf und so oder wie weil okay ist auch ein nettes features wusste jetzt auch noch nicht dass ich hier türen aufmachen kann und das abstellfenster oben läuft auf jeden fall ganz gut finde ich das wetter sieht eigentlich auch noch ganz gut aus mit sonnenschein jetzt war jetzt perfekt fürs heu aber ich glaube silage ist doch am besten wenn wir als erstes machen ich muss ehrlich sagen ich habe momentan eigentlich auch gar keine lust aufzuhören zu spielen obwohl ich ja sagen muss es ist ja eigentlich schon die letzte folge jetzt für diese woche aber irgendwie habe ich wirklich noch lust weiter zu machen werde ich mal überlegen wie ich das mache ob ich da einfach noch mal die bonus folge mit rausbringen oder ob man das ganze dann schon für kommende woche mit aufnimmt weil eine folge möchte ich auf jeden fall noch aufnehmen und ich würde sagen man muss sowas ausnutzen wenn man da richtig bock drauf hat und ich muss sagen ich spiele die Hinterkaife ja eigentlich auch nur weil ich richtig lust habe überhaupt zu spielen sonst würde ich das auch nicht machen bei karten wo mir kein spaß machen das merken die zuschauer immer wenn es überhaupt keinen bock macht und es bringt ja eigentlich auch nicht weiter man sollte spaß an dem ganzen haben sonst braucht man das nicht machen mit dem kleinen schwader finde ich eigentlich reicht vollkommen aus für so ein feld geben wir mal nur und schauen ob das funktioniert oder macht er mir da gleich probleme in den rein dann brauche ich nicht ausschalten dann muss ich ihn bloß heben immer noch ein foto bevor ich vergesse immer noch ein foto bevor ich es vergesse so Und es gibt eigentlich noch einen Traktor, den ich noch gerne auf jeden Fall mit auf dem Hof haben möchte. Das wäre ein MB Truck. Den hätte ich gerne auf jeden Fall auch noch. Aber es steht ja jetzt erstmal noch die Frage aus wegen dem Amazone Profi Hopper, der eigentlich auch ganz witzig wäre. Aber ich noch nicht weiß, was ihr davon haltet. Sagen wir mal so, ich würde es auf jeden Fall ausprobieren. Man kann es ja wieder verkaufen, aber trotzdem ist mir eure Meinung da wichtig, was ihr davon haltet. Schauen wir mal, ob wir die Kurve nochmal kriegen. Ja, das war jetzt schon eher ein bisschen blöd. Dann würde ich sagen, fahren wir hier jetzt auf jeden Fall noch hoch und runter. Weil anders hat das jetzt ja eigentlich keinen Wert, wie das von der Seite funktioniert. Und so 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 da können wir jetzt theoretisch das mal ausprobieren, wenn ich den jetzt hier wieder ablasse. Ob wir das Ganze hier einfach mit hochfahren, dass wir eine größere Schwarzreihe haben. Und ja, funktioniert auf jeden Fall mal so ganz gut. Wenn wir hier jetzt bei den restlichen mal ein bisschen größere Schwarz, wo wir hier dann weniger hin und her fahren müssen. Wenn wir das immer auf zweimal hochnehmen. dann so 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 dann nehmen wir die drei gleich wieder so mit. so 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 dann schaffen wir das Schwarten hier auf jeden Fall auch noch in der Folge, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das kriegen wir schon noch hin. und dann wird in der nächsten Folge einfach nur eingesammelt und ab ins Silo. Da werden wir wahrscheinlich auch noch ein paar Sachen brauchen für das Silo. Und leider haben wir ja zwar, aber vielleicht mal Schiebeschild oder was. so zum Verteilen und eventuell noch eine Walze um das Ganze anständig verdichten zu können. so 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 Zitzen. Ja, der ist echt gut. Gerade für solche Aktionen ist der Schwader sehr gut. Durch die versetzten Räder, dass er sich seitlich rausfährt, kann man hier immer ganz gut hinfahren. Ohne dass man eine vorherige Schwadreihe dabei beleidigt. Das lassen wir nochmal ab. Ja, ok, das machen wir jetzt damit glaube ich nicht besser. So, dann haben wir das Feld auch gleich. Und dann noch drei, drei, viermal hin und her. Dann sind wir mit dem Schwaden durch. Okay. 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 Zitzen. Das war's für heute. so dann fahren wir jetzt mal hier komplett nur so geradeaus hoch liegen da nicht mehr so komisch ab legen wir das hier mal schön zusammen auch dann noch einmal runter und dann haben wir die sache ich glaube dann haben wir das ordentliche alles geschwadelt dann klappen wir das ganze gleich zusammen und fahren den schwader noch zurück zum hof und würde sagen damit sind wir am ende der folge wenn es euch gefallen hat würde ich mich selber ein like freuen wenn ihr kein video mehr verpassen wollt für streamen würde ich mir auch sehr beim abo freuen ansonsten freue ich mich über jeden kommentar von euch und würde mich noch viel mehr freuen wenn wir uns im nächsten video wiedersehen würden bis dahin ciao 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 ciao